Ich habe hier einen Schlag. Ich habe hier einen Schlag. Ich habe hier einen Schlag. Ich habe hier einen Schlag gehört. Hast du nie gesehen, wie das? Ich kann nicht wirklich sagen. Du hast einen Schlag. Den hat's Ohr erwischt. Weg! Weg da! Ich denke, das ist aber gut platziert. Das ist schön frech. Ich habe dich! Ich habe dich! Ich bin jedes mal wieder geschockt, wenn ich das sehe. Die Fortygons halten ja... Ja, nicht mal so feller aus, wollte ich fast sagen, aber dann... Der Copter hat einfach nur geil getroffen. Kann hoch sein. So. Ich nix wissen. Ich nix wissen, liegt er da. Ich nix wissen, keine Ahnung. Ich nur müde. Danke, dass du mir das nochmal sagst. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Danke, dass du mir das nochmal sagst. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Ich weiß nicht, wie viele du links hast. Oh, die bewegt dich. Cool. Da siehst du ja nicht ganz vom Studio. Okay. Okay. Let's get moving again. Okay. Nichts, du blöder. My bad, Freeman. Da ging sie mir weiter. Okay. Ich liebe den Revolver. Der ist so geil. So. Geil, Alter. Oh, that was awkward. That was awkward? War das jetzt der Fahrstuhl? Ach ne, sie ist ja ein Fahrstuhlbraucher Strom. Ich schlau mal her. Da sollten wir vielleicht gleich mal Strom akzeptieren. Oder wir müssen das Ganze mal anders sein. Ja, na klar. Ah, wir... Ich habe gerade überhört eine Sicherheitstransmission. Soldaten sind gekommen. Sie kommen, um uns zu retten. Natürlich habe ich meine Gefühle, dass wir lange genug leben, um sie zu begrüßen. Das ist so weit, wie ich gehe. Oh, sorry, Mann. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. How's your ammo, Doc? Ja, das ist mir ganz gut. Oh, Gott. Oh, Mann. Zombies or something. Zombies or something. Gut, können wir nichts machen, gut. Weiter jetzt. Oh. Uh. Das hätten wir eigentlich tun können. Tja. Mach mir nicht immer so ne Angst, du Affe. Mach mir nicht. Exit. Hey, was ihr noch hier macht? Get topside. Ich höre, truppe kommen in, um uns zu retten. Okay. Are you waiting for something, Doc? Und laden erstmal nachmachen. Iiiiih, die ganzen Pfoten das. Ui, daje will. Kleine. Danke. Ja wir sind wieder da, ich hab grad ein FPS-Problem. Mal wieder Gut So Überall röchelt's und schnorchelt's Jaa, dat war grad hier schön Dings, ähm Na, da wollen wir mal ein bisschen gucken Achso, ja, nochmal gleich nach Ach, jetzt kommt der Hilfe Hilfe Vielleicht schwer, die arme Frau Die arme arme Frau Alter, süßer Ich dachte, ich würde hier schützen Ist es keine Sicherheit von diesen Abominationen? Der möchte nicht aufgehen Wo sehe ich was? Ihh, Alter Okay, der Revolver scheint sehr sehr effektiv zu sein Aber da wollen wir jetzt für Headcrips nicht die Munition unbedingt verschwenden Nehmen wir doch ein Ups, Alter So'n Haken hätte ich fast gesagt Gut Doch da gebe ich die Headcrips Okay, das Ist ein bisschen Stücke zu hoch Ähm, ja Wir müssen da aber auf jeden Fall hoch Ja Läuft hier mal Ja Irgendwie, irgendwie ging das schon Ja, irgendwie ging das schon Okay ääh Jetzt sind wir hier in den Schächten drin Ah, okay, okay. Okay. Okay, so sind wir vielleicht auch hochgekommen. Vielleicht sogar noch der regulärere Weg. Aber, okay, was wir definitiv nämlich brauchen, ist das Rad dafür. Oh Gott, wo war denn das jetzt? Na, schöne Scheiße. Achso, da ist es. Und dann können wir das Ganze nämlich auch fortbewegen hier. Kann man sich das Förderband benutzen. So, bis genau da. Ah, passt. Das passt schon, meine Freunde. Ach, wie gerne habe ich Half-Life 2 gespielt, Leute. Wie gerne habe ich das getan. Bei diesem Spiel wird es wahrscheinlich nicht anders sein. Das ist ja, wie ich finde, nun mal größer noch. Also, gut, vielleicht nicht von der Welt her, aber war ja damals halt der Kracher schlechthin. Das hat sich ja so schön abgehoben von den anderen. Da war ja auch nur Doom war ja da, oder wenn. Also, jetzt muss ich wirklich irgendwas erzählen, weiß ich echt nicht. Hm, ob Doom war vielleicht noch früher? Nee, das kann nicht sein, dass Half-Life 2 zu der Zeit rauskam, als Doom rauskam. Also, irgendein Doom-Teil wird schon rausgekommen sein, aber ich rede gerade vom ersten und das wird da bestimmt nicht gewesen sein. Kann ich mir zumindest nicht vorstellen. Oh, ja, technisch gesehen noch. Weiß Wunder. Uiuiui. Aha, jetzt können wir es benutzen. Ja, jetzt, wo es explodiert ist. Scheint jetzt, äh, alles mit Schächten hier, äh, weiterzugehen, wie ich sehe. Laden wir mal Vorsichtshaber nach. Ich höre eine Türe. Ja, mir ist das Treppenhaus. Boo. Freeman! Good heavens! You gave me quite a scare. Don't count on the cavalry finding us down here, Doc. Ja. We got a head for the service. But with all the elevators out of order. We can still climb. You think anybody's gonna believe all this? Beg your pardon, Doctor. Ja. Oh, ho, der war gut. Ah, ja, das war dieses, der Mittagsraum wahrscheinlich, zur Mittagspause. Ich habe nämlich auf Rückenhände. Wie hängt der denn da auf einmal? Wie soll ich ihm helfen, verdammte Scheiße? Außer der geht jetzt hier weiter, du voll haust. Oh, tut mir leid. Nein, so war das auch nicht gemeint. Warum lässt der denn los? Das verstehe ich nicht. Weil ich E gedrückt habe. Schade. Okay. Okay. We've got hostiles. Warum ist das auf einmal auf Englisch? Das verstehe ich nicht. Ich verstehe, jetzt kommt die ganze Scheiße mit den, ähm, na, sag schon. Mit den Soldaten, ja. Ja, da würde ich sagen, machen wir hier ein Päuschen und sehen uns dann wieder, wenn wir dann gegen die Soldaten gekämpft haben, meine Freunde. Bis dahin, tschüssi, ciao.